Mein Name ist Manuel Müllner, ich habe hier eine Versammlung angemeldet für proaktiven Statt repressiven Infektionsschutz und da soll es eben darum gehen, dass wir anstatt eben Masken zu tragen, um uns zu schützen, dass wir Dinge tun, die uns auch wirklich im Immunsystem gut tun, also eben an der frischen Luft frei atmen, in Gemeinschaft, spazieren gehen, sportlich tätig sein. Das soll heute der Zweck zum Tag der Liebe, also zum Valentinstag auch sein, dass wir einfach einander wieder näher rücken und insofern in die Gemeinschaft gehen. Und es stellt sich halt momentan etwas schwierig heraus, da die Polizei von Seiten der Behörden scheinbar uns Masken auferzwingen will, da es ja eine Versammlung ist, obwohl es in der Verordnung vorgesehen ist, dass bei sportlicher Tätigkeit keine Maskenpflicht gilt. Und das sind wir jetzt dabei abzuklären und ich hoffe, wir dürfen ohne Masken marschieren, um auch den positiven Zweck wirklich auszuleben, anstatt uns da jetzt unserer Frischluft berauben zu lassen. Also es hat sich ja gezeigt, dass die Maßnahmen jetzt nicht sehr wirkungsvoll sind, zumindest haben das einige Studien bewiesen. Und ebenfalls sind wir ja immer noch in dieser misslichen Lage, die unsere Wirtschaft zerstört und uns quasi auseinander treibt und uns an der Psyche schädigt. Wir sehen es an den Jugendlichen, wo, glaube ich, ein jeder zweite depressive Symptome aufzeigt. Und das ist schrecklich, also das will keiner. Und wenn wir wieder die Schulen öffnen würden, wenn wir wieder in Gemeinschaft treten würden, dann würden wir unserem Immunsystem durchaus etwas Gutes tun. Und dass das gar nicht angeschnitten wird von irgendeiner Seite von den Medien oder von der Politik, ist einfach nur traurig. Also ich finde das schade und möchte damit eben ein gewisses Zeichen setzen für das, was uns wirklich heilen kann, aus dem Körper selbst heraus. Das, was uns eigentlich immer schon geschützt hat. Mal zu den Viren, die wir alle einatmen. Das ist sogar enorm wichtig. Das ist ein wichtiges Training für unser Immunsystem, dass wir ständig, seit wir klein sind, die Viren und Bakterien, die andere Menschen oder Tiere ausatmen, dass wir die in unseren Körper aufnehmen, weil nur so kann unser Immunsystem sich stärken. Das sind quasi so die kleinen Trainingseinheiten. Und ich habe zum Beispiel meinen Sohn, wie er begonnen hat zu krabbeln, durch Ställe krabbeln lassen. Und mir war das ganz wichtig, weil ich dieses Bewusstsein schon gehabt habe, dass es so wichtig ist, dass er eben diese fremden Viren einatmet, dass er die Bakterien einatmet, dass er Erde isst, dass er allem als Mögliche in seinen Körper hineinbekommt, wodurch sein Immunsystem trainiert wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, andere Menschen zu umarmen und auch ihren Atem zu empfangen, weil wenn wir alles jetzt desinfizieren, unser Immunsystem immer schwächer wird. Und nebenbei auch noch eben hinausgehen in die Sonne, das Vitamin D in unserem Körper bilden, die Terpene, das ist ja auch etwas sehr, sehr Schönes, wenn man sich damit beschäftigt, dass Bäume kommunizieren mit den Pflanzen und den Tieren im Wald. Das ist auch etwas, wo wir verbunden sind mit dem Wald, wenn wir durch den Wald gehen. Und diese Terpene, also diese kleinen Duftmoleküle, quasi die Sprache der Bäume miteinander, wo der Wald sein Immunsystem aufrechterhält, weil wenn ein Wald zum Beispiel einen Baum, einen Schädling hat, dann ist es so, dass er eine bestimmte Duftmoleküle ausschickt und diese Schädlinge werden dann von anderen Bäumen oder von anderen Tieren vertrieben, weil die das lesen können. Und diese Terpene atmen wir auch ein. Ja, also ich habe mich entschieden, diese Versammlung nicht abzuhalten, denn von Seiten der Behörden und der Polizei möchte man uns Masken aufzwingen, auch wenn wir uns sportlich betätigen, obwohl das in der Verordnung eben anders geschrieben steht. Deshalb habe ich gedacht, ja, das würde ja dem Zweck der Versammlung widersprechen und insofern halten wir diese Versammlung jetzt nicht ab. Es sind gerade eben Herzluftballons gekommen, die wir verteilt haben an Kinder und ältere Herrschaften und Frauschaften. Und das hat jetzt unglaublich viel Freude gemacht und ich glaube auch der Polizei ist bewusst geworden, worum es hier geht, nämlich darum, dass es uns wieder als Menschen besser geht, dass wir uns gut fühlen und dass wir uns insofern auch schützen können vor Krankheiten aller Art. Denn wenn das Immunsystem gut beieinander ist, dann geht es uns auch gut. Ich glaube, dass es gerade heutzutage wichtig ist, auf die Straße zu gehen, weil leider sehr viel im Argen liegt und weil die Politik leider nicht den Wert, das Augenmerk so sehr auch auf das menschliche Leid legt, was gerade passiert. Weil leider ist es alles ziemlich monothematisch gerade. Wir kümmern uns nur um den Virus im Moment und wir vergessen dabei leider auch, dass die Maßnahmen und Lockdowns auch Auswirkungen haben, nicht nur auf den Virus, sondern auch auf den Menschen. Gerade waren wir in Wien eine große Demonstration für die Kinder, weil was man vielleicht nicht so mitbekommt, ist, dass mittlerweile die Kinder wirklich unter diesen Maßnahmen leiden. Nicht nur, weil sie ihre Freunde nicht mehr sehen, weil sie einsam sind und weil sie alleine sind, sondern weil es mittlerweile statistisch auch richtig merkbar ist. Wir haben eine Zunahme von 49 Prozent von Gewalt an Kindern durch die ganzen Maßnahmen und durch das Eingesperrtsein. Wir haben mittlerweile die Triage, von der uns immer gewarnt wurde, was es bei Covid-Patienten bald geben wird, haben wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mittlerweile sind die so überrannt von leidenden Kindern, dass die Kinder drei Monate Wartezeit haben, überhaupt noch einen Platz zu bekommen und dass ihnen überhaupt geholfen werden kann. Wir haben die größte Arbeitslosigkeit in Österreich, die wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg, was natürlich auch die Kinder beeinflusst, wenn die Eltern keine Arbeit mehr haben. Und ich glaube, dass wir langsam den Blick nicht nur auf das Virus, auch auf das Virus, aber auch weiter fassen müssen. Und deswegen ist wichtig, dass wir auf der Straße versuchen, die Leute daran zu erinnern, dass wir eine Gesellschaft sind und dass wir aus sehr vielen Facetten bestehen. Wir bestehen nicht nur aus Risikogruppen und wir bestehen nicht nur aus Krankheiten und aus Infektiösen, sondern nämlich auch aus Müttern, Vätern, Kindern. Wir bestehen aus Gastronomen, aus Hoteliers, aus Künstlern, aus der Künstlerbranche und wir alle liegen mittlerweile brach. Und es ist Zeit, dass wir den Dialog wieder beginnen. Es ist Zeit, dass wir uns wieder auf Augenhöhe treffen, ohne den anderen fertig zu machen, weil der ist zu sehr Mainstream und der ist zu alternativ und der ist zu linksradikal und der ist zu rechtsradikal. Und was man nicht alles hört, ist es einfach wichtig, dass wir uns wieder als Menschen begegnen und einfach sagen, hey, wie kommen wir da gemeinsam raus? Weil wir sitzen alle gemeinsam in diesem Boot, also müssen wir auch schauen, dass wir gemeinsam rauskommen. Und dadurch, dass ich glaube, dass der Dialog leider aufgehört hat in den letzten Monaten, weil es einfach sehr monothematisch ist, ist es Zeit, dass wir auf der Straße wieder fordern, dass wir miteinander sprechen und wieder gemeinsam zu einer Gesellschaft zusammenkommen können. Und wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann, dann mache ich das gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.